Franzensbad Franzensbad ist eine kleine, schöne, ruhige Stadt, aber auch ein grosses europäisches Heilbad mit einer Kurtradition, die bis in das Jahr 1793 zurückreicht. Das Kurhotel Dr. Adler befindet sich an einem Kurpark. Dieses Hotel trägt seit dem Jahr 1995 den Namen des Gründers des Kurortes des Egerer Arztes Dr. Berhard Witzensadler und besteht aus einem Komplex von vier Gebäuden. Eine freundliche und familiäre Atmosphäre ist das Symbol des Kurhotels Dr. Adler. Das Kurhotel Dr. Adler verfügt über 130 Betten. Die Zimmer sind nach ihrer Größe in mehrere Kategorien unterteilt. Alle Zimmer sind mit einem Bad mit Dusche, Fön und Bademantel sowie einem Fernseher mit Satellitenprogramm, Kühlschrank und Tresor ausgestattet. Die Gäste des Hotels haben gleichfalls nahezu unbegrenzten Eintritt in das Aquaforum, den schönsten und grössten Aquapark der böhmischen Kurbäder. Das hoteleigene Restaurant bietet nicht nur Speisen der böhmischen Küche, sondern auch eine reiche Auswahl an frischen Salaten. Für die Gäste des Hotels werden in den Sommermonaten Grillabende im Garten des Hotels veranstaltet. Im Kurhotel Dr. Adler wird die traditionelle Franzensbadeheilkuh angeboten, die ausschließlich lokale Naturheilmittel verwendet und deshalb die Garantie für eine erfolgreiche Kur ist. Zum Hotel gehört eine Behandlungsabteilung. Noch vor Antritt der Behandlungen kümmert sich ein Ärzteteam um sie, das auf Erkrankungen von Herz und Kreislauf, des Bewegungsapparates sowie gynäkologische Beschwerden einschließlich Unfruchtbarkeit spezialisiert ist. Unter den Anwendungen finden Sie zum Beispiel auch Moorpackungen, die aus dem örtlichen Schwefeleisenmoor zubereitet werden. Auf vorher vom Arzt festgelegten Körperpartien wird dabei eine dicke Schicht aus sehr warmer, zäher Moormasse aufgetragen. Die Anwendung verbessert die Durchblutung des Gewebes und des gesamten Organismus, lockert die Muskulatur und verringert das Schmerzempfinden. Einen hohen Therapiekomfort bietet die neue Balnau-Abteilung mit modernen Multifunktionsbadewannen, in denen man unter anderem Ganzkörperwilberbäder genießen kann. Die Kombination aus warmem Wasser, Wasserstrahlen und der Mikromassage der Haut mit Luftbläschen verbessert die Durchblutung und unterstützt die Erholung des gesamten Organismus. Eine Standardbehandlung des Hotels ist das Kohlensäuerbad. Diese sehr angenehme Anwendung gehört zu den ältesten klassischen Wasserbehandlungen. Beim Eintauchen in das Bad spürt der Patient ein leichtes Kältegefühl, das jedoch schnell von einem Wärmeschwall abgelöst wird. Die Haut beginnt sich mit einer Unzahl von Kohlendioxidbläschen zu bedecken. Nach Kuranwendungen empfehlen wir den Besuch der Lobbybar, wo Sie verschiedene Arten von Kaffee bei unserem beliebten Kurfernsehprogramm oder beim Lesen der aktuellen Ausgabe der Franzensbaderblätter genießen können. Und falls Sie statt eines Kaffee von den Heilquellen probieren wollen, bietet das Hotel Dr. Adler eine einzigartige Möglichkeit. Direkt in das Hotel wird die Neukirchenquelle geleitet, die für Badeanwendungen und auch zur Trinkkur verwendet wird. Das Kurhotel Dr. Adler bietet sämtlichen Komfort, den Sie für Ihre Kur benötigen. Dank der angenehmen und ruhigen Umgebung werden Sie einen Besuch nicht bereuen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Kurhotel Dr. Adler. Das Kurhotel Dr. Adler